Hallo, heute erkläre ich euch, was der Treibhauseffekt ist. Auf unserem Bild seht ihr die Erde und oben ein Stückchen von der Sonne. Sonnenstrahlen treffen mit hoher Geschwindigkeit auf der Erde auf. Das meiste davon ist Licht. Wenn die Sonnenstrahlen auf die Erde treffen, werden sie in langsamere Wärmestrahlen umgewandelt. Würde die gesamte Wärme von der Erde abgestrahlt und zurück ins Weltall wandern, dann wäre auf unserer Erde Leben nicht möglich. Denn wir hätten eine durchschnittliche Temperatur auf unserem Planeten von minus 18 Grad. So kalt wie in eurem Tiefkühlschrank. Dass es auf der Erde nicht so kalt ist und sich Leben entwickeln konnte, das hat was mit diesen kleinen Teilchen zu tun, die ihr hier seht. Denn um die Erde herum befindet sich eine kilometerdicke Schicht aus verschiedenen Gasen. Diese Lufthülle wird auch Atmosphäre genannt. Unsere Atmosphäre setzt sich aus verschiedenen Gasen zusammen. Die sind hier durch die unterschiedlichen Farben dargestellt. Und die schauen wir uns nochmal genauer an. Der größte Teil der Atmosphäre besteht aus Stickstoff. Der interessiert uns heute nicht. Wir kümmern uns um die grünen Teilchen und um die roten. Die grünen Teilchen sollen den Sauerstoff darstellen und die roten Teilchen das Kohlendioxid, auch CO2 genannt. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Unsere Atmosphäre enthält nur ganz geringe Mengen an CO2. Und doch ist dieses Gas für das Klima auf unserer Erde sehr wichtig. Denn CO2 hat die Eigenschaft, Wärmestrahlung an sich zu binden und festzuhalten, so dass diese nicht mehr entweichen kann und in der Atmosphäre verbleibt. Dadurch konnte sich auf unserer Erde überhaupt erst Leben entwickeln, denn es herrscht eine durchschnittliche Temperatur von plus 15 Grad. Und das ist der natürliche Treibhauseffekt. Halten wir also fest, ohne CO2 in unserer Atmosphäre hätte sich auf der Erde kein Leben entwickeln können. Wie gelangen eigentlich die Gase, Sauerstoff und Kohlendioxid in die Atmosphäre? Das schauen wir uns jetzt noch mal genauer an. Fangen wir doch mal mit dem Sauerstoff an. Das wisst ihr vielleicht schon. Sauerstoff wird von Pflanzen produziert. Von Bäumen, Pflanzen unter Wasser oder auch von den Pflanzen in eurem Garten. Aber wie ist das eigentlich mit dem CO2? Wie gelangt das in die Atmosphäre? CO2 entsteht durch natürliche Verbrennungsprozesse. Zum Beispiel, wenn Vulkane ausbrechen oder Wälder brennen. Und natürlich wir Lebewesen, Tiere und Menschen atmen CO2 aus. Und so gibt es in der Natur einen Austausch. Wir Menschen und Tiere atmen Sauerstoff ein und CO2 aus. Dafür nehmen die Pflanzen CO2 auf und produzieren Sauerstoff. Aber seit vielen Jahren verändert sich etwas. Und Verursacher sind wir Menschen. Denn wir verbrennen zum Beispiel große Mengen an Kohle. Die Kohle verbrennen wir im Kraftwerk, um daraus Strom zu produzieren. Den Strom benötigen wir im Alltag für viele Dinge. Den Toaster, den Fernseher, das Handy. Außerdem verbrennen wir Mengen an Erdöl. Aus dem Erdöl machen wir Treibstoff. Für unsere Autos, LKWs, für Schiffe oder Flugzeuge. Und auch die Heizung benötigt Strom oder Erdöl. Aber je mehr Kohle, Erdöl oder auch Erdgas wir verbrennen, desto mehr CO2 entsteht auch in der Atmosphäre. Und das führt dazu, dass immer mehr Wärme in der Atmosphäre gebunden wird. So entsteht der vom Menschen verursachte Treibhauseffekt. Der führt dazu, dass die Erde sich immer weiter aufheizt und sich das Klima verändert. Das wird Klimawandel genannt.